Wir sind hier im Gäste in Wattenwil. Das ist eine Verbauung mit vier Wohnhäusern und insgesamt 30 Wohnungen. Wir machen Projektleitung sanitär von Firma Hallenstein. Die Optia Armature Openbox haben wir hier zuerst einmal verbauen. Das ist eine vorfabrizierte Openbox, die bereits dämmt ist. Sie ist komplett playfrei. Wenn wir die Vorwand installieren können, können wir relativ nahe mit der Steigleitung hinten hochfahren und sie anschliessen. Die Vorwand drinnen können wir mit dem OptiFlex System die ganzen Anschlüsse machen. Das Positive daran ist, dass die ganze Box hier einmal geliefert wird, dass die schon komplett dämmt ist und die Abdeckplatte drauf ist. Da kann man diese in der Einbausituation, wenn man es jetzt in der Vorwand oder in der Backsteinwand bestellen kann und dann montieren kann und diese auch auf Gegebenheiten ausrichten.